Ihr meidet das Wasser. Aus Angst vor Haien. Aber was passiert, wenn das Wasser zu euch kommt? Wo ist er, Josh? Holt sofort alle aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser! Schnell! Bitte helft mir! Hier schwimmt ein dreieinhalb Meter langer weißer Hai. Oh Scheiße! Hilfe uns! Je mehr du schreist, desto leher kommt der Hai hierher! Warum zieht er immer Kreise? Sehr eigenartig. Er weiß nicht genau, was wir sind. Halt dich fest! Molly! Hier, Herr Molly! Baby, schwimm! Ich schaff das! Ich schaff das! Tu irgendwas! Bait 3D. Haie im Supermarkt. Gib mir deine Schuhe. Wie bitte? Ich muss die Scheibe einschlagen. Bist du noch ganz klar? Das sind 300 Dollar Gucci's. Ein Reinigungsteam in Gang 8, bitte. Ich kann das nicht! Bianche muss die Schuhe. Halt dich? Vielen Dank.